Ja, das war ein Zeiter. Ja, Klaus, was meinst du, wie das bei mir war, als ich meinen Gesellebrief gemacht habe? Schaffe, 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 den ganzen Tag nur Schaffe, ja? Ja, das kenn ich. Ich hatte es auch nicht leicht. Nach der Volksschule gleich in Elektrobetrieb beim Elektrowailer. Vers 70 Mack im ersten Lehrjahr. Und Schaffe, Schaffe, Schaffe. Und ofens noch Zeitungen austragen. War ich vielleicht froh, wie ich endlich meinen Gesellebrief hatte. Kenn ich, kenn ich. Ja, ich war schon mit 13 Uhr verbraucht. Warte Zeit, einmal halb. Ich habe damals das Geschenk bekommen, das war doch bei uns ganz genauso in dem Malerbetrieb. Immer nur Schaffe, Schaffe, Schaffe. Ganz klar, Schaffe, Schaffe. Ich hatte ja damals auch so Stress bei meinem Abitur. Was hast du gesagt? Was hast du gemacht? Bitte, ich verstehe jetzt nicht ganz, was... Was du da gesagt hast, was du gemacht hast, wie heißt es? Abitur. Nein, 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 ich habe doch nur... Ja! Oh Gott, was haben Sie denn? Ach. Ach. Sie müssen schon etwas lauter sprechen. Was haben Sie denn? Abitur. Nein, 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 nein Vielen Dank.